Grüß dich, Matthias hier. Diesmal nie von draußen, sondern von zu Hause aus, was ich ehrlich gesagt nie gerne mache, weil ich diese Art von Vlog doch für ein bisschen zu simpel und zu einfach halte, aber ich habe mich mit Corona infiziert, bin aktuell in Quarantäne, habe also keine andere Wahl. Das gibt mir eine ziemlich gute Gelegenheit, um dir so ein bisschen darüber zu berichten, was genau passiert, wenn du dich in Japan mit dem Virus ansteckst. Aber erst mal ganz von vorne, wie konnte ich mich überhaupt infizieren? Meine Frau und ich, wir haben uns die ganze Zeit wirklich an alle möglichen Regeln gehalten, Maske getragen, ist in Japan ja sowieso Standard, dann Abstand genommen, wir haben die diverse Reisen auch abgebrochen, weil wir uns gesagt haben, nee, das Risiko ist es nie wert. Wir waren dann letzten Endes einmal kurz oben im Ordne, haben dort aber auch keinerlei Kontakt mit irgendjemandem gehabt und nach bloß 30 Minuten waren wir wieder weg, weil wir sowieso keine Zeit hatten. Tja, angesteckt haben wir uns letzten Endes durch das Berufsrisiko meiner Frau, weil das Krankenhaus meiner Frau hat gesagt, ja, wir nehmen jetzt Corona-Patienten auf. Das finde ich ehrlich gesagt nicht mal wirklich sinnvoll, weil bei ihr gibt es keinerlei Ärzte, die auf Lungenkrankheiten spezialisiert sind. Es gibt keinerlei Geräte, um irgendwie solche Lungenkrankheiten untersuchen zu können, aber tja, das Management hat ein Machtwort gesprochen. Letzten Endes kommt darüber dann auch ein Corona-Patient rein, dann hat sich der Virus so ein bisschen verbreitet und meine Frau hat sich letzten Endes angesteckt. Sie musste einen Test machen, nachdem sie Kontakt mit einem Corona-Patienten hatte. Der erste war negativ. Sie haben sie dann dennoch erst mal zwei Wochen lang nach Hause geschickt und gesagt, ja, hier zur Sicherheit erst mal in Quarantäne. Danach musste sie noch einen zweiten Test machen. Der war dann positiv und ab dann musste ich dann auch getestet werden. So, was passiert dann erst mal bei meiner Frau, nachdem sie positiv getestet wurde? Ja, haben sie gesagt, sie soll in ein Hotel gehen, wo die die ganzen Corona-Patienten unterbringen. Das klingt erst mal ganz sinnvoll, muss ich sagen, weil man wusste ja noch nie, ob ich jetzt auch positiv getestet werde oder nie. Und da macht das natürlich Sinn, erst mal so zu sagen, gut, damit der Virus sich nicht weiter verbreiten kann, nehmen wir die auseinander für zwei Wochen und dann schauen wir mal weiter. Nur einen Tag später kam dann auch mein positiver Test an und dann war die ganze Geschichte eigentlich relativ sinnbefreit, aber dennoch, meine Frau musste ins Hotel gehen. Tja, über den Hotelaufenthalt selbst kann sie auch nicht viel Positives berichten. Sie hat mir erzählt, dass die ganzen Corona-Patienten sind dort eingesperrt wie in einem Gefängnis eigentlich. Die dürfen am Tag dreimal ihr Zimmer verlassen, ganz einfach, um sich was zu essen zu holen. So ein kleines Bento vom Hotel. Ansonsten bekommen sie Tee dort zu trinken. Und ja, die Räume selbst haben eine Dusche mit drin. Aber ansonsten sind die wirklich sehr, sehr klein dort gewesen. Und was ich viel, viel erstaunlicher fand, die ganzen Corona-Patienten in dem Hotel, die haben weder Medikamente bekommen irgendwie, noch hatten die irgendwelche ärztlichen Untersuchungen. Denn das hat mich ein bisschen sehr erstaunt. Was ist aber bei mir selbst passiert? Nachdem ich dann positiv getestet wurde, wollten die mich auch erst mal in ein Hotel stecken. Aber ich habe denen gesagt, ja, nee, Leute, es bringt nichts, wenn ich jetzt in ein Hotel gehe. Da stecke ich vielleicht auf dem Weg dorthin noch jemanden an. Und außerdem kann ich ja von außerhalb versorgt werden, von den Eltern meiner Frau. Die können wir Lebensmittel vor der Tür abstellen, die ich dann reinholen kann. Und was sich dann aber letzten Endes dazu bewegt hat, dass sie mich wirklich nie in das Hotel halb gezwungen haben, war einfach die Ansage, sorry Leute, ich esse kein Fleisch und zack, alle Überbroter. Außerdem habe ich dir noch gesagt, was in Japan ja auch sehr gern gesehen wird, dass ich halt weiterarbeiten kann von zu Hause aus, solange ich meinen PC habe. Und damit habe ich mir sozusagen das Recht ein bisschen erkämpft, hier zu Hause bleiben zu können. Dann geht das los. Also wenn du hier mit Corona infiziert bist, dann musst du die ganze Zeit mit dem Gesundheitsamt kommunizieren. Das wollten die ehrlich gesagt am Anfang gar nicht mit mir machen. Die wollten das alles über meine Frau klären. Aus dem einfachen Grund, weil, sieht mir das vielleicht an, aber ich bin kein Japaner. Und da haben die die übliche Angst, oh, Ausländer, müssen wir jetzt vielleicht Englisch reden. Aber ja, letzten Endes haben die sich doch dazu durchgerungen, mich selbst anzurufen. Und ich konnte das noch alles wundervoll auf Japanisch klären. Das ist überhaupt kein Problem gewesen. Aber was wollen die dann wissen? Es geht erst mal los. Die fragen nach, ja, wo warst du die letzten zwei Wochen? Wo warst du den letzten Monat? Wo bist du überall hingegangen? Wie spät war das ungefähr? Etc. Etc. Also richtig viele Fragen. Danach stellen die so ein paar Fragen wirklich zu deiner körperlichen Verfassung. Allem voran erst mal, wie groß bist du? Wie schwer bist du? Dann ging das weiter. Wann hattest du deine ersten Symptome? Was für Symptome waren das? Wie geht es dir jetzt? Welche Symptome hast du jetzt gerade? Hast du Fieber? Etc. Musst du husten? Also ich bin da wirklich sehr genau ins Detail. Und wenn die das zum ersten Mal alles gemacht haben, fragen die dich auch, ob die diese Informationen jetzt in der Pressemeldung herausgeben können. Dann klären die dir nochmal, was die da alles reinsetzen würden. Dann geht es halt darum, dass du infiziert bist. Wie groß du bist. Wie schwer du bist. Nationalität und so weiter wollen die nicht angeben. Also wirklich halbwegs anonym und komplett fokussiert auf dieser Erkrankung. Jetzt nennen wir es das, damit die so ein bisschen bekannt geben können. Ja, Corona-Infizierter. Davon gibt es in Hiroshima selbst auch einige. Die Stadt hier ist quasi die Corona-Hochburg Japans. Der Prozentsatz der Infizierten ist hier wirklich höher als selbst in Tokio. Und ja, dann geht das erstmal weiter. Also wie läuft die Krankheit an sich ab? Viele von euch werden es wahrscheinlich schon selbst erlebt haben. Bei mir, ja, du siehst, so schlimm geht es mir nie. Ich hatte am Anfang so ein paar kleine Schmerzen im Fußknöchel, die dann aber auch schnell wieder weggingen. Danach hatte ich Fieber bekommen für vier, fünf Tage vielleicht. Ansonsten aber, ja, ich habe keine Probleme mit dem Atmen. Ich muss nicht mehr husten oder sonstiges. Es tat eine Weile beim Schlucken so ein bisschen weh. Aber für mich persönlich war die Grippe, die ich im letzten Jahr hatte, doch ein ganzes Stück schlimmer gewesen. Meine Frau hingegen, der ging es nicht ganz so gut. Also die hat die ganze Ladung abbekommen, war dennoch ein etwas sanfterer Verlauf bei ihr, aber ihr tat wirklich alles weh. Ihr tat die Gelenke weh, ihr tat die Kehle weh, ihr tat die Nase weh, wodurch ihr dann auch das Atmen so ein bisschen schwerer fällt. Sie hat letztendlich sogar ein bisschen Blut gespuckt, weil ihr Rachen einfach so extrem gereizt war. Und, ja, siehst du also ein bisschen, wie unterschiedlich die verschiedenen Leute auf Corona reagieren können. So, wie geht es denn weiter? Also, das Gesundheitsamt erstmal, die rufen dich hier jeden einzelnen Tag dann an. Das wird langsam schon ein bisschen nervig. Ja, okay, gut, man weiß, warum die es machen, aber trotzdem jeden Morgen, Punkt 10 in etwa, also kannst du wirklich die Uhr danach stellen, kommen dieselben Fragen an. Da wird gefragt, ja, wie geht es dir? Hast du Hüsten? Tut dir die Kehle weh? Was tut dir weh? Fällt dir das Atmen schwer? Etc. Etc. Jeden Tag aufs Neue, immer und immer wieder. An einem Tag haben sie mich auch angerufen und haben gesagt, ja, okay, wir schicken Ihnen jetzt jemanden vorbei, der fährt hier ins Krankenhaus, dann werden sie dort mal kurz getestet und, ja, da kommt dann auch jemand an. Ich wurde dann in so einen kleinen Transporter hereingeführt, der war wirklich, wie du hier jetzt auch siehst, sehr darauf ausgelegt, dass dort auch, ja, kein einzelner Virus rauskommt. Dann ging es ins Krankenhaus, ganz fix ein paar Tests gemacht, da wurde die Lunge gerannt, dann hatten sie noch CT gemacht, Blutproben genommen, hatten dann keine organischen Schäden oder Sonstiges bei mir festgestellt und dann ging es wieder nach Hause für mich. Wollten dort aber nochmal probieren, mich in ein Hotel zu bringen, weil ich weiß nicht, warum die so geil darauf sind, die Leute alle in einem Hotel einzukwartieren, wo sie sich nie um die kümmern müssen. Meine Frau meinte das jetzt einfach deswegen machen, damit die jetzt, damit die jetzt sämtliche Schuld von sich weisen können, falls sie mich doch irgendwie mal tot zu Hause aufbinden sollten, aber, ja, ich glaube, die würden mich sonst noch eher in einem Hotelzimmertod auffinden, weil, ja, wie gesagt, dort wird sich nie wirklich um dich gekümmert. Ja, jetzt habe ich auch natürlich noch einen ganz besonderen Einblick in diese ganze Erkrankung, weil meine Frau ja Krankenschwester hier ist und die hat da so einiges darüber erzählt, was sie von Corona hält. Und das ist wirklich, wo man sich dann sagen sollte, Mensch Leute, haltet euch mal bitte mehr an die Regeln, weil für die Krankenschwestern bedeutet dieser ganze Corona-Kram richtig, richtig viel mehr Aufwand und meine Frau rollt so ein bisschen mit den Augen, wenn die hört, was die Leute dann machen, wie am Fenster stehen und klatschen und dann regt sie sich richtig darüber auf, als sie gehört hat, dass hier in Japan dennoch alle wie wild zum Hatsumode, dem ersten Schreinbesuch des Jahres gerannt sind, in Tokio sind die dorthin gepilbert in Hunderten und haben darum gebetet, Oh, bitte lass mir die Normalität einkehren, was noch so ein bisschen ironisch ist, weil wenn man in der aktuellen Zeit genau sowas macht, sorgt man ja letztendlich dafür, dass es noch viel länger dauert, bis die Normalität wieder einkehrt. Und ja, was kann meine Frau jetzt sorgen zu diesen Leuten, die sich so verhalten in der aktuellen Zeit? Die sind bei den Krankenschwestern nicht so herangesehen, weil die Krankenschwestern, die sind so schon überarbeitet, die haben häufig nicht mal die Zeit, auf die Toilette zu gehen, häufig können die überhaupt keine Pause machen, weil die so viel zu tun haben und das ist in Japan nie anders wie in Deutschland, das habe ich auch von deutschen Krankenschwestern und Krankenpfleger gehört, dass das so wirklich genauso abläuft. Und ja, entsprechend sagt meine Frau, wer aktuell noch irgendwie zu irgendeiner Veranstaltung geht, wie etwa dem Hatzmutter oder Sonstiges und sich dann mit Corona ansteckt, der soll doch bitte nie ins Krankenhaus kommen, weil der hat seine Entscheidung getroffen. Muss man ja nur wirklich sagen, dass das doch schon nachvollziehbar ist, weil die Krankenschwestern leiden hier nochmal richtig darunter unter all den Leuten, die es jetzt nicht schaffen, sich irgendwie an die ganzen Regeln zu halten. Natürlich ist niemand perfekt und jeder wird vielleicht hier oder da mal übertreten, aber es gibt so ein paar Dinge, da kann man sagen, ja, Leute, da hätte man doch dran denken können. Und damit bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, beim nächsten Mal wird es dann wahrscheinlich wieder nach draußen gehen, ein paar hübsche Säen von Japan zu sehen geben und damit sage ich nur noch, ciao und bis zum nächsten Mal.